Leben retten, den Körper verteidigen. Mit solchen aufrüttelnden Botschaften werben englische Fußballer für die Krebsvorsorge. Ihr Ziel, Aufmerksamkeit und finanzielle Unterstützung für die Bobby Moore Stiftung. Moore war 1993 an Darmkrebs gestorben. Es ist sehr traurig, dass Bobby seinen Kampf gegen den Krebs verloren hat. Wir alle hoffen, dass wir mit der Aufmerksamkeit und dem gesammelten Geld der Bobby Moore Stiftung helfen können, in Zukunft Leben zu retten. Angefangen hat alles 2009, als die damaligen Spieler um David Beckham schon einmal für die Moore Stiftung vor der Kamera standen. Als früherer englischer Kapitän bin ich stolz, dass die Arbeit, die wir gestartet haben, von den heutigen Top-Spielern weitergetragen wird. Das Ziel der Kampagne ist es, die Aufmerksamkeit für Symptome und Behandlung von Darmkrebs zu steigern. Und um das zu schaffen, müssen wir sicher gehen, dass die Bildsprache die Menschen erreicht und ihnen den Atem nimmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017